ok ladies wir gucken noch mal auf die web bei team mission lichtbringer lichtbringer muss und extra ihre die schakira schakira ja schicker island infos unterirdischen wasserwege und das ist der bremstest ach ja genau das müssen wir abgeben gut dann müssen wir darüber erinnern wieder wie eben hier war schraubendreher bei mir fehlende waffe ist nicht mehr im inventar schön der sniper fehlt bei mir wir müssen aber ganz ganz links rum am west wasser strand sondern bootfahren so auffällig geräusch ja die zeit haben weil da oben sind jetzt viel gegner da waren wir ja eben richtig ja rücke vor wo ist aber ausschalten war ausschalten dass das war dann nehme ich den linken worte stehen in der mitte habe ich haben wir vorsichtig die links in dem haus ist noch einer da gut gehen weiter und pablo du hast bloß ein ja ja jetzt verreckt bleibt du hier unten pablo richtig geht kommen wir weiter einfach lichtig komm 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 wir müssen noch ein stück gehen scheiße doch das boot nehmen sie habt ja recht gehabt klinge voraus habe ich reiner der liegt liegt er ist noch nicht dort schlüssel für küchen schrank wir sind in der nähe von dem wasser wegen schwimmen rüber und warten wir dann auf lichtig ich glaube da sind schon welche drin ja ich kann weg machen ach scheiß auch unter die baller hast ja recht du hast ja recht du hast ja recht ich habe vorhin wieder so einer da und von denen ja da liegt hier vorne irgendwo oben habe ich einen da gemacht markiert vorsicht auf 1 kommt hier runter zu den wasser wegen da ist einer die bleibt ihr auf der seite ich gehe rüber auf die andere acht langsam immer deckung zur deckung der munition vor vielleicht bevor du rüber gehst ich bin ich glaube das rucksack hier ist ein tag 56 schön jemand gebrauchen kann das war der juggernaut hier ist er ist bei mir laut jetzt müssen bearbeiten das war gut das war gut kommt ihr mal klar ja ja ich will noch ein sniper für dich Elvis wenn du ne will ich nicht will ich hab mg und die ich seh nicht von wo er schießt ich seh nicht von wo er schießt hier unten im wasser ist einer der ist down ja ich bin auch wieder down ich wollte ich sie nicht ich sehs nicht warum auch immer bleibt locker bleibt da auf eure position wir machen hier easy da oben ist es bei der juggernaut glaube ich ich habe keine platte mehr ich auch nicht ok bleibt ihr mal wo ihr seid ich versuche mal vorzugehen da ist einer ins wasser gesprungen hier hier ist einer ins wasser gesprungen direkt bei dir auf der höhe bei mir? ja irgendwo ich kanns wasser nicht bringen sag mal kannst du jetzt nicht gettling nicht eigentlich vom nein der hat der lässt keine gettling mehr fallen der lässt nur ok pass auf leg die ja musst um die ecke rum glaube ich da hinten ich markiere es dir gleich wo ist denn der auf der linken seite bei dir oder? warte mal beim U-Boot müsste es sein da hinten Panzerboot markiert ja halt mal da hinten ich bleib hier drüben ja da hinten ist er glaube ich da markiert oh ja schaff die Dinger hin Achtung der feindliche Kampfhubschrauber nähert sich eurer Position es hat mir jetzt nichts ange... doch jetzt jetzt geht er hinten in diesen weißen Container das sind die Ashika Island zwar in der linken Ecke hinten links ja links hinten hinter der Tür da liegen sie auch nicht gut und wieder zurück das ganze wieder zurück wie jetzt raus wieder? raus jetzt wo wir es haben raus wieder zurück was so von hinten können auch nicht kommen geile Waffen ich habe keinen Rucksack dafür ich habe hier einen Zweier was ist wenn wir die Spielermark mitnehmen eigentlich von den zwei Rucksäcke das lass mal bitte ja da wirst du gejagt ok wir müssen Exfil suchen wartet mal wartet mal vielleicht ist er hier in der Nähe nehmen unterwegs auf eurer Seite hinten ist er ich komme rüber jetzt so schnell wie möglich so gut wie möglich raus hier mit den Infos wir gehen da voraus wir gehen einfach links halten links halten und so genau Escobar läuft vorne weg so schön hier ist roter Rauch da ist doch dann Gegner oder Spieler nein das ist eine Vorratskiste haltet euch hier rechts kommt mal zu mir in meine Richtung rücke vor gehen über den Berg hier oben unterwegs Escobar wäre die Kiste eigentlich nicht schlecht gewesen aber wer weiß was drin war das ja ich wollte eigentlich mal ja ja egal und ähm Rauch funktioniert euch ein bisschen alt Gegner ja da hier ist ein feindlicher Infanterist fange aktivierend Rauch viele Gegner hier bei mir Gegner lauter bei mir ja ich müssen wir bei mir im toten Winkel ja Escobar sieht's ich hab nachgeladen Elvis pack nach du hast nichts mehr als Schutz ja 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 ok ok Heli kommt Achtung hier drin ist noch ein Gegner ok rein 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 mit drin mit drin ok schön gemacht das ist und so haben wir zwei aufgerechnet mit einem geschafft Lichte ja manchmal klappt's ja wie gestern unser höllen ritt mit äh ja wie hast mit wie viel festungen hatten wir ja drei vier fünf keine ahnung der eine war leer der eine war aufgebrochen bei der einen haben wir einen Fehler gemacht pulleys ja das ich bin